Weil Mietengesetzgebung ist Klassenkampf, hat ja Heiner Müller schon gesagt. Und im nächsten Lied ist es so ein ähnliches Thema. Wer wird Millionär? Wer geht putzen und wer wird Millionär? 50 Euro frage, denn die Antwort fällt nicht schwer. Wer nimmt prima und wer eher prekär? Wer geht putzen und wer wird Millionär? Wer schon hat den Wettbegeber und für uns bleibt ja nur das schöne Leben. Ja, so läuft's und so wird's weiter laufen, denn der Teufel scheißt auf den größten Haufen. Besser wohnen auch mal reich Champagner, Tanz und Kokain. Das wär'n schönes Leben, es kriegen nur die anderen ihn. Für uns heißt es weiter recht, denn Krebschen, Wurstchen, Deutschland. Nur ganz selten kommst du mal zu Champagner, Kokain. Ich zähle täglich meine Sorgen. Dabei denk ich noch nicht einmal an morgen. Ich hab' ja keine Angst, nur manchmal frag ich mich. Ist das noch woher oder schon die Unterschicht? Und all unsere Geistesgaben kommen gar nicht mehr zum Tragen. Wenn wir schon seit jungen Tagen so gar keinen Ehrgeiz haben, unsere Haut zum Markt zu tragen. Da kommen die Geistesgaben leider gar nicht mehr zum Tragen. Die reichen Leute, die gewinnt man nur durch Platte, Schmeißelein. Das Geld ist platt, mein liebes Kind. Das Geld ist platt und will auch plattgeschmeißelt schein. Und wer schon hat, den wird gegeben. Und für uns bleibt ja nur das schöne Leben. Ja, so läuft's und so wird's weiterlaufen. Denn der Teufel scheißt auf den größten Haufen. Das war Wer wird Millionär. Vielen Dank. Ja, noch mehr machen eine Zubehörte. Ja, noch mehr machen.